Tag 567 Heute kommen die wichtigsten Nachrichten von der Krim. Dort haben die Ukrainer den bisher grössten und erfolgreichsten Angriff auf die russische Schwarzmehlflotte durchgeführt. Anwohner filmten eine Reihe von Explosionen in der Bucht von Sevastopol und riesige Rauchfahnen, die in den Himmel stiegen. Die Analysten konnten den Ort anhand des Filmmaterials schnell identifizieren und kamen zum Schluss, dass das Feuer aus dem Gebiet westlich der Bucht mit der russischen Flotte zu kommen schien. Bald meldeten die örtlichen Behörden, dass die meisten Raketen abgeschossen und die Brände schnell gefunden und gelöscht worden waren. Die Situation war jedoch in Wahrheit viel schlimmer. Nach den Daten des NASA-FIRMS-Systems zur globalen Entdeckung von Großbränden befanden sich die Ziele des Angriffs im östlichen Teil der Bucht. Später veröffentlichte Aufnahmen lieferten endgültige Gewissheit. Die Ukrainer hatten es auf die Wartungs- und Reparatur-Docs der russischen Flotte abgesehen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich dort zwei intakte Schiffe, an denen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Das Landungsschiff Minsk und das U-Boot Rostovna-Danu. Aufgrund der Fülle von online zirkulierenden Informationen musste das russische Verteidigungsministerium zugeben, dass beide Schiffe beschädigt wurden. Der Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes berichtete, dass die Ukrainer wahrscheinlich nicht nur die beiden Schiffe, sondern auch die Docks irreparabel beschädigt haben. Kürzlich veröffentlichte Satellitenaufnahmen gaben weitere Einblicke in das Ausmaß der Schäden. Beim Landungsschiff Minsk ist zu erkennen, dass der obere Teil des Schiffes aus Aluminium vollständig eingebrochen ist und die Explosion wahrscheinlich ein Feuer im Maschinenraum ausgelöst hat, da das gesamte Schiff deutlich brannte. Angesichts des Ausmaßes der Schäden kann das Schiff als zerstört betrachtet werden. Dies ist bereits das dritte Landungsschiff, das die Russen im letzten Jahr verloren haben. Das erste wurde in Badiansk getroffen, das zweite im Meer durch eine Drohne. Das 300 Millionen teure U-Boot Rostovna-Danu wurde ebenfalls schwer beschädigt und brannte offensichtlich. Russische Analysten kamen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich einfacher wäre, ein neues U-Boot zu bauen, als dieses zu reparieren, weshalb dieses Schiff, das mit Kaliberraketen ausgestattet war, ebenfalls als zerstört betrachtet werden kann. Darüber hinaus wurde berichtet, dass bei dem Angriff bis zu 40 russische Marinesoldaten getötet und verwundet wurden. Zunächst hieß es, dass auch Opfer unter den Werftarbeitern zu beklagen seien. Doch da der Angriff nachts stattfand und sich keine Arbeiter auf dem Gelände aufhielten, gab es wohl nur Verluste bei den Marinesoldaten, die Wache hielten. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, die Ukrainer hätten einen Angriff mit drei Marine-Kamikazie-Drohnen und zehn Marschflugkörpern durchgeführt, wobei interessanterweise keine Angaben zum Typ gemacht wurden. Die bekanntesten russischen Quellen berichteten, dass die Ukrainer modifizierte ballistische S-200-Raketen einsetzten und sieben davon abgeschossen wurden. Der ukrainische Luftwaffenkommandeur Mikola Oleschuk gab jedoch einen Kommentar ab und sagte scherzhaft, dass die russische Flotte heute in einen Sturm geraten sei, was darauf hindeutet, dass die Ukrainer Storm-Shadow-Raketen einsetzten. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, hat das russische Verteidigungsministerium vor einiger Zeit erklärt, dass sie, wenn die Ukrainer bei ihrem Angriff auf die Krim westliche Waffen einsetzen, zur Vergeltung die Länder angreifen, die diese Waffen geliefert haben. Es gab jedoch bereits mehr als ein Dutzend Storm-Shadow-Angriffe auf die Krim und die Russen streiten deren Einsatz jedes Mal ab, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Deshalb handelte es sich in der offiziellen Version um S-200-Raketenangriffe. Allerdings haben die Ukrainer sich auch eine raffinierte Methode einfallen lassen, um damit davonzukommen. Zunächst zählten die Ukrainer auf die Brücken zur Krim ab, sodass nicht klar war, ob sie sich technisch innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Krim befanden. Dann nutzten sie S-200-Raketen, um Ziele auf der Krim zu treffen, die nicht aus dem Westen stammen. Und vor kurzem begannen die Ukrainer, bei jedem Angriff eine oder zwei Storm-Shadow-Raketen beizumischen, um es den Russen leichter zu machen, Ausflüchte zu finden und nicht, wie angekündigt, zurückzuschlagen. Da es sich bei 80 bis 90 Prozent der Raketen um S-200-Raketen handelt, meldet das russische Verteidigungsministerium einfach, dass alle Raketen S-200-Raketen waren. Was den heutigen ukrainischen Angriff anbelangt, so haben die Ukrainer eine sehr komplexe Strategie entwickelt. Zunächst starteten die Ukrainer mindestens drei Marine-Kamikaze-Drohnen. Ziel dieses Angriffs war es, die russische Aufmerksamkeit auf das Meer zu lenken. Russische Quellen berichteten, dass alle drei Drohnen von den Patrouillenschiffen zerstört wurden, obwohl später gemeldet wurde, dass die Russen ein Boot im westlichen Teil des Hafens verloren haben, sodass es möglich ist, dass mindestens eine Drohne einen Treffer gelandet hat. Gleichzeitig schossen die Ukrainer mehrere S-200-Raketen in Richtung der Schwarzmeerflotte ab. Die Ukrainer wissen, dass die Flugabwehr in diesem Bereich sehr stark ist, weshalb sie nicht damit rechneten, dass diese Raketen durchkommen würden, sondern sie zur Aufklärung der russischen Flugabwehr nutzten. Nachdem diese Raketen abgefangen worden waren, feuerten die Ukrainer Berichten zufolge mindestens zwei Harm-Raketen ab, die elektronische Signale von Radaranlagen erfassen und diese Anlagen zerstören sollen, wodurch das Flugabwehrsystem vollständig ausgeschaltet wird. Zum Schluss starteten die Ukrainer Storm-Shadow-Raketen, von denen mindestens drei ihr Ziel erreichten. Der Chef der ukrainischen Luftwaffe erklärte, die Zerstörung dieser drei Schiffe sei erst der Anfang und weitere Angriffe auf die Krim stünden in naher Zukunft bevor. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.